Die Kneippanlage im romantischen Ilsetal lädt auch zum Verweilen ein. Das Wasser wird direkt aus dem Fluss in die Anlage geleitet, die somit immer frisches, klares Wasser enthält. Stets gut gepflegt und sauber ist sie am Vormittag ein Ort der Entspannung und Erholung. Anschließend kann man parallel zum Fluss ein Stück dem Wasser entgegen gehen, die angenehm kühle, frische Luft einatmen, die flinken kleinen Forellen beobachten und sich von den schroffen Felsen beeindrucken lassen. Der Weg trifft am Brunnenhaus der Prinzess-Ilse-Quelle wieder auf die Ilsetal-Chaossee. Wer einen Becher dabei hat, und das sollte man unbedingt tun, der kann das dort aus einer nur im Winter stillgelegten Wasserstelle ständig fließende, UV-sterilisierte Bergquellwasser genießen. Die nebenstehende Bank bietet einen Ruheplatz dazu an. Auf der Ilsetal-Chaossee geht man bequem zurück zur Kneipanlage oder weiter in Richtung Stadt.